Ähm, Assassine ganz vorne, Schattenklingel, Kriegsherd, Todesritter, Hexer, Nekromant, Hexenmeister, Havok, wobei der Havok kommt eher hier hin, so. Gebäude, Steinbruch, Steinmetz, Mine, die fast schon unnötig ist, die Schmelze, Schmelze, dann den Onyxschrein und Mondsilbermine. Dann die, äh, der Züchter, die Pilzfarm, Züchter braucht nicht mal irgendein Haupthaus, nicht schlecht. Nahrungslager, kleines Haupthaus, ne, nicht kleines Haupthaus. Hexenturm, Geisterbecher, dann das kleine Haupthaus, dann das mittlere, großes Haupthaus, das ist der Onyx-Turm, der kommt da hin. Gebäude wurde errichtet. Schmiede kommt hier hin. Zu Diensten. Äh, b-b-b-b-b. An die Arbeit, was wünscht ihr? Auf geht's. So, meine Verteidigung ist langsam fertig. So, sieben neue Arbeiter. Schwarze Schule, dann Mondsilberwerkstatt und Schattenschmied und zum Letzter Sarcadum. So, damit sind jetzt alle mal wieder sortiert. Ich kann das Spiel kurz speichern, dass wir das nicht nochmal machen müssen. In meinem Augenblick klappt ja noch alles recht gut. Verfügt über mich. So. Jetzt das mittlere Haupthaus mal errichten. Gebäude wurde errichtet. Achtung! Gebäude wurde errichtet. Jetzt können wir unseren neuen Umsatz Winger mal hier errichten. Kämpft! Gehen wir es an, zu Diensten. Schon auf dem Weg. Gehen wir es an, zu Diensten. Wird sofort erledigt. Na, kommt noch ein Streuner. Zurück mit euch! So, offen, wir mal uns. Verfügt immer mich. Verstanden! So, dann als nächstes Hier eine Schmelze Yay, wir haben Hunde So, Schmelze errichten Das war so Gut, dieses Mal sparen wir uns auf jeden Fall die Akademie Das stimmt hier noch nicht so ganz Hier hinten Der Tempel des Lichts sollte nämlich hier sein Und der Rest hier so Gut, das heißt erstmal einen Schießstand errichten Wird sofort erledigt Die brauchen mehr Eisen als Holz, gell? Ja Gebäude wurde errichtet Da sollte ich nämlich jetzt mal die Eisproduktion anwerfen Wird sofort erledigt Die Stadt wird belagert Zeit zu sterben Gut So, das ist errichtet Nächstes die Rüstkammer Für Paladin Wird sofort erledigt Und ich kann schon mal Vöckungste mit erhöhen Wird mir auch gerade so auf Da fehlen ja doch die fünf wieder Fischerszunft Hab jetzt jetzt ja nur die Jäger in Arbeit So Achtung Kämpft Oh Okay Die beiden haben wir gebaut Als nächstes kommt die Schmiede Auf geht's Für die Das Abkwet brauchen wir mehr Holz Für das Abkwet brauchen wir Aria Hauptsächlich will ich jetzt erst einmal zehn Scharfschützen haben Gebäude wurde errichtet Neue Fähigkeit verfügbar Okay, jetzt können wir gerade nichts mehr bauen Bin unterwegs Wobei ich habe ja jetzt schon genug Bevölkerung Kämpft Achtung Na ja, ich kann auch keine Kleriker dafür brauche ich auch erst einmal Packen wir den Tempel des Lichts mal da oben hin Baue ich erst einmal Aria Das heißt ich muss warten bis ich genug Holz gesammelt habe Um zehn Ambos schützen Da können wir uns nämlich schon mal ein bisschen vorwagen Zweite Möglichkeit an mehr Holz zu kommen ist noch ein zweiter Holzfäller Machen wir das doch einfach mal Es ist ja egal wie schnell das Holz abgebaut wird Hauptsache es wird abgebaut Ärmel hoch und los Schon auf dem Weg So und hier müssen wir dann noch ein großes Haupthaus hinsetzen und dann den Aria schreien Oh, ein Hasim Kämpfer Achtung Zeit zu sterben Shit, der Ortsmagier Hey Gut, ihr holt es da oben ab Bin ich schon mal sehr gut Bin ich schon mal sehr gut Wie viel Holz brauche ich eigentlich fürs große Nur 250 In Anführungszeichen Dann werde ich das nämlich als nächstes dann errichten Hier bin ich schon mal sehr gut Was hat eigentlich Ein Fünfer Schritt gekostet Das würde ich gerne mal wissen Also dass wir 5 5 Hier haben Also vor allem beim Stein Bin ich gerade verrührt Ach so Schmelze So, großes Haupthaus Bereit für den Kampf Erwarte euer Kommando So, dann können wir uns mal vorwagen Die letzten Spinnen ausschalten Und die Ork Und die Ork Vorderen Ork-Lager Platt machen Vorsicht Vorsicht Verteidigt euch Verteidigt euch Oh, da kommt da mehr Achtung Verteidigt euch Zeit zu sterben Okay, zu gefährlich Zu gefährlich Sofort Zog Mir nach Zurück mit euch Einsatz bereit Ja, kommt ruhig her Zurück mit euch Neue Fähigkeit Verfolgbar Kämpft Achtung 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 Achtung